Was geht ab, Freunde? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy XV. So, hier sind wir jetzt wieder auf der Suche nach den verbleibenden Königswaffen. Äh, lass mich nochmal kurz schauen, wie viel wir hatten. Abla. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Okay, uns fehlen halt auf jeden Fall noch ein paar. Und die suchen wir jetzt jetzt einfach mal auf. Automatisches Fahren. Wo wir jetzt einfach mal die erste. Parkplatz. Galdenkai. Ja, Galdenkai. Yes. Gut. Da schauen wir jetzt einfach mal, dass wir zumindest mal eins, zwei in dieser Folge bekommen. Ja. Es sind... Glaube ich... 13, 14, 15, keine Ahnung, sowas um den Dreh. Ich glaube 13 sollten es sein, mehr nicht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Alter, dass das Ding überhaupt reinpasst, gell? Das ist schon krass. Okay. Gut. Erste Königswaffe. Oder erste... Eine von einigen. Karte. Die müsste etwa... Hier sein. Symbolfilter. Achso, nee. Ziel... Halt... Karte. Ziel festlegen. Wir sollen den Bereich, glaube ich. Wir können uns ja auch theoretisch einen Chocobo holen, aber... Ich denke, so kommen wir auch hin. Ranea will mir irgendwie nicht aus dem Kopf gehen. Verliebt? Ja, sie ist schon hübsch. Aber ich dachte, alle Niflheimer wären herzlos. Ranea ist ganz anders. Ja, sie ist etwas Besonderes. Was meint ihr? Ob sie den Angriff auf Insomnia wohl befürwortet hat? Keine Ahnung. Lässt sich eigentlich auch nur schwer sagen, ob sie das macht... Ob sie das wollte. Ich wünschte, sie würde Niflheim den Rücken kehren. Die Frau lässt dir wohl echt keine Ruhe, was? Und Sydney? Was meinst du? Schnee von gestern? Was? Nein! Ich interessiere mich doch nur für Aranea, weil ich... Also... Keine Sorge. Wir kennen dich ja. Oh, shit. Der Turm hier... Äh, der Turm... Der Tunnel hier ist ein bisschen... Long. Deswegen... Versuchen wir es halt ein bisschen mit... Allen Mitteln da schnell durchzukommen. Dem Krieg haben sie gewonnen. Wozu also noch mehr MI? Jetzt, wo du es sagst? Irgendwie unsinnig. Ich nehme noch einen Kilometer, Alter. Es geht... Das ist ja auch noch Luftlinie. Ah, shit. Okay, jetzt. Jetzt sind wir unter einem Kilometer. Das ist natürlich geil. Ja, dauert noch ein bisschen. Wir werden natürlich da echt mit dem Regal hier hingefahren können, aber... Ist nicht so tragisch. Ach, scheiße. Es war nicht alles einfach ohne dich, Gladio. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja? Wieso? Wir haben ewig gebraucht, um Feuer zu machen. Ha, warum hast du nicht einfach Magie benutzt? Letzt wohl, dass ich gleich das Zelt mit abfackel, was? Gut. Ich zeig euch, wie man Feuer macht. Ihr müsst schließlich lernen, auch ohne mich auszukommen. Ja, ich seh endlich Licht am Ende des Tunnels. Juhu. Ja, der ist schon lang. Hat ein bisschen was vom Gothard-Tunnel irgendwie. Diese schmüle Luft. Ja. So. Gleich haben wir es geschafft. Shit, das wollte ich nicht. Ja, da vorne, wie ihr sehen könnt, ist ein Königsgrab. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir das schon hatten oder nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Yay. Ja, hat mal wieder nichts gebracht, das Ganze. So, schön zertrümmert hier. Autsch. Ach, fuck. Ah, Mann. Danke. So, eine haben wir noch. Oder zwei. Jo. Erledigt. Geil. Klingt, als würd's dir blendend gehen. Hm. Sieht leergeräumt aus, irgendwie. Das gestohlene Großschwert. Sicher aus dem Küstenmarktturm sollen die Waffe gestohlen haben. Die Meldatia-Gänse, mehr rauszufinden. Ach, wo? Küstenmarktturm. Ach, okay. Da liegt ein Item. Ein Talisman. Der Küstenmarktturm. Ist vielleicht der hier? Okay. Okay. Hier. Versuch uns einfach. Wir geben unser Bestes. Ah, schon wieder ein Fisch. Ja, was? Nichts. Hinter mir. Oh, eine Elementarquelle. Können wir auch ein bisschen chillen. Ach so, bevor wir hier irgendwie Pause machen, sammle ich erstmal alle Elementare ein. Oder alle... Alle Elemente. Alle Elemente. Sorry. Ich bin grad voll am Abspacken hier irgendwie. So. Was noch? Und dann geben wir ne Runde pennen. Beziehungsweise schön hier im Regen. Richtig schön zelten and stuff. Zelten. Na super. Zelten im Schlamm. Und wir bekommen auch immer schön Fertigkeitspunkte. Jo. Ja, ich glaub, das ist der Küstenmarktturm da hinten. Was kann man denn geiles kochen, Leute? Mh. Grünes Curry. Gucken einfach mal, was uns das Ganze ergibt. Angriffskraft, LP Maximum. Ja, ich glaub... Mh. Mh. Ja, ich hab gehört, das grüne Curry soll ganz gut sein. Das machen wir jetzt auch. Na gut, die anderen haben nicht so viel EP bekommen. Aber hey. So, was haben wir denn hier für coole Teile? Yeah. Noctis und seine Freunde haben alle ihre Folgen. Lieben, was ihr Essen angeht. Wenn sie ihr Leibgericht aufgetischt bekommen, verbessert sich der Schaden durch ihre Kommandos. Anruf! Ja? Hey, ich bin fertig. Also zackig. Ah, okay. Gut. Meut, frisch sehr. Ähm. Wir wollen aber trotzdem noch uns was holen hier im Küstenmarktturm. Vorausgesetzt, das ist er auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Küstenmarktturm hier ist. Aber es sieht schon mal nach... Nach was sieht's denn aus? Nach einem Turm, der aber in sich zusammengefallen ist irgendwie. Ah, das ist so einer. Ich glaube, das ist so ein Turm, bei dem wir nur nachts reinkommen. Ich frage mich, wann es wohl erbaut wurde. Die Frage ist wohl eher, von wem? Von mir. Ich hab's gebaut. In Minecraft. So, schauen wir mal. Da unten... Guckt mal, wie tief das da runter geht. Ja. Jo. Okay. Man sieht den Boden nicht. Ja, geil. Äh, die Tür geht hier wahrscheinlich auch nur auf, wenn's dunkel ist. Das heißt... Können wir hier überhaupt warten? So. Ohne, dass wir... Wirklich verweilen müssen, bis es dunkel ist, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass es ja dann auch nachts übel abgeht. Haufen... ...Sicher und Stuff. Das ist auf jeden Fall mehr als nur eine einfache, verlassene Ruine. Aber weit und breit, kein Eingang zu sehen. Doch, doch, der ist schon da. Besucher sind wohl nicht erwünscht, was? Ne, ne, ihr kommt da auch rein. Nur halt nachts. Hallo. Nur nachts. Müsst warten. Ja. Können wir irgendwie verweilen? Geht es? Müssen wir mal schauen, ob das hier überhaupt geht. Na, guck. Karte! Da schon mal nicht. Ähm. Gut, da haben wir noch Zeitaufträge und so weiter. Verbindung wiederhergestellt. Bla, bla, bla. Ja, fünfmal. Regulare... Ähm, bla, bla. Prinz Rübel. Ich bin auch noch gar nichts. Ein Afro-Jacker. Oh, nicht schlecht. Ah, yeah. Hm, hm. Was geht ab? Ich mach euch kaputt. Verbindung wird hergestellt. 50 AP. Was geht? Ein Bender-Snatch. Oder... 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 So. Wie viel mal? Geplante Inhalte können wir uns ja eine vierte Subtanz auslösen. Für jetzt der nächste... Zeitauftrag. Wer kann man die annehmen jetzt? Titel ändern. Der Treiber der Finsternis. Ja, keine Ahnung. Gut. Mehr geht wohl nicht. Äh, was gibt's noch? Ne, also wir können hier irgendwie nicht verweilen. Karte. Ziel festlegen. Nie ausblenden. Das wäre erstmal das hier. Ja, Ziel festlegen. Das wäre das hier eben. Aber ansonsten... Können wir nichts machen. Das ist natürlich... Bullshit. Ein bisschen. Aber zumindest wissen wir, wo das Ganze ist. Okay. Gut. Der Regalia ist ja sowieso ein Stück weit weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Wenn ich jetzt nochmal schlafe... Ähm... Ob wir dann abends aufwachen. Oder ob wir da einfach nur warten können. Äh, 100 Fuß. Was geht? Ach, das wäre mal so schön, wenn so ein Ding klappen würde, ey. Ja, geil. Das ist nochmal einer. Ein Riesenfüßler Bein. Das sind bestimmt auch was werte Teile. Oh, das sind ja echt ein paar von den Teilen. Irgendwie. So, geil. Ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. So, da ist unser Zelt. Aber ich weiß nicht, ob wir da auch nur warten können bis abends. Wäre ja mal ganz cool. Mal ausprobieren. Da wären wir. Äh, Zelten. Kann ich nicht irgendwie eine Zeit einstellen? Ey, das war jetzt voll die Erkenntnis, nachdem ich das Spiel schon so oft gezockt habe und so weiter. Nee, also irgendwie nicht. Egnis hat ein neues Rezept gelernt. Das hier. Ja, geht her. Sieht gut aus. Geflügelbrust in weißer Soße mit Pilzen drin. Mh, lecker. So, ja, hoffe ich mal, dass wir vielleicht, ja, wahrscheinlich eher am nächsten Tag aufwachen, so ich mein Glück kenne. Das sieht cool aus, das Bild. Lass mich raten, wir wachen echt am nächsten Tag auf. Um sieben Uhr morgens. Ich frage mich echt, was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Oder um sechs Uhr. Weiß ich, wann da der Tag beginnt. Ja, um sechs Uhr. Geil. Okay, Leute. Da ich keine Lust habe, euch mehr Zeit hier verbraten zu lassen, geht es hier an dieser Stelle weiter. Allerdings dann erst abends. Ja, keine Angst. Ich berühre ihn nicht. Ich lasse es einfach laufen. Aber das ist blöd für euch, dass ihr das Ganze sehen müsst. Ähm. Genau, jetzt haben wir halt gesehen, was hier abgeht. Sid hat eine Waffe fertig gemacht. Wir können dann erst, wenn Abend ist, zum Küstenmarkt-Turm. Und in der nächsten Folge geht es auch weiter, dann, wenn hier Abend ist. Genau, in diesem Sinne, haut rein, viel Spaß. Und bis zur nächsten Folge auf Final Fantasy 15. Ciao, Leute. einfach weiter. kinder, dids? ���